hallo meine freunde und herzlich willkommen ich begrüße euch zu einer neuen folge the forest mit packender und spannender action zusammen mit dem paradeus viel spaß dabei macht macht die hier in der ecke würde ich sagen oder okay machen wir gleich zwei skizzen dann können wir gleich beide aufbauen eines aufgebaut so jetzt können die aber gerne noch mehr kommen so jetzt haben wir zwei lampen müssen auch noch alter ich muss hier auf jeden fall muss ich hier mal oben muss ich hier mal aufräumen das sollte nämlich eigentlich nicht so sein da habe ich ein bisschen miss gebaut so war jetzt ein bisschen näher an da wir jetzt mal gucken wie das mit dem dach ist das war die nächsten baupläne immerhin bekommen wir können die jetzt ruhig in ganz vielen scharen kommen weil wir brauchen haufen knochen für unsere rüstung und warum stimme brauchen wir auch noch oder weil da war ich gerade ohne ende auf ja 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 baumschirme können wir nicht genug haben so noch mal knochenzaun ähm wie war das so ich hab's essen total vernachlässigt wir können nicht verhungern doch wenn wir nicht essen so zaun haben wir weiß ich mir so da rein jetzt gucke ich nach dem eigenen dach eigenes dach aber das ist immer wir können hier auf eine plattform hin oder nee vielleicht kannst du das eigene dach irgendwie vergrößern oder sowas hat mir gerade einfällt was wir hier mal hin bauen können schädellampen ja das brauchen wir auch so hier noch in die ecke eine hinstellen und noch mittig ungefähr gegen die noch schädel um die grad nicht schaden trotzdem hier noch mal ein paar melden bei schädel kriegen wir gleich wieder wir wachsen ja schneller als uns lieb ist so und dann hier noch drei hin die zwei noch und ein hier noch in heute vorläufig erstmal für nicht reichen vielleicht wurde aktivität fest für aktivität muss hier irgendwie mal rauf kommen das wird alles durch knochen gebaut was die der zaun ja und ich habe schon gedacht ich muss im großen stil bäume fällen auch das kommt gleich du möchtest ein dach bauen ja wenn ich hier mal irgendwie hochkommen würde ich muss da irgendwie rauf sonst kann ich da glaube ich nichts anlegen also mit dem dach scheint aber auch nicht das zu sein was ich gerne hätte weiter hier die schädel dinger sind voll da trinke ich doch gleich mal einen schluck der schädel dinger die schildkröten dinger so eigenen boden eigenen boden das müsste eigentlich der aus was baut man denn diesen sich dazu wieder das fundament nehmen ja ich muss das fundament nehmen was was heißt ja nein musst du nicht hingehen d drücken wo was bei dem dach eigenes dach kann doch nichts weg drücken und jetzt so wie weit soll das gehen ja die frage ist mir wie sieht das dann gleich aus mach mal so bis kannst du dann abbrechen oder ja ja man könnte mal so ungefähr bis hierhin würde ich mal sagen ich weiß doch nicht was da rauskommt ich auch nicht ich sehe nix muss nur abschließen und wie so mit der taste mit der du sonst auch immer das baust kompliziert fertig das will ich so nicht aber nur ein flaches dach haben das ist sozusagen müssen jetzt und schief ist es auch wie hund ja das war jetzt nur versuch ja 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 aber an der ecke an der ecke hier c drücken an der ecke er musste jede ecke muss er machen ja einmal links klick dann da drüben einmal links klick dann einmal da drüben links klick und dann je nachdem wie du schaust ob du nach oben schaust oder ob du runter schaust nimmst dir spitz oder flachdach schaust nimmst dir spitz oder für die nächste etage als dachterrasse als dachterrasse quasi ja aber dann ist es ja ich glaube dann ist das eigene fundament ich glaube nämlich auch ja eigenes fundament kannst um nächstes stockwerk auf deutsch gesagt zu machen ob das stimmt schaust 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 die armen wir beuten sie aus so das ist schon mal ein raum hier ich weiß gar nicht was wir mit dem ganzen platz hier drin machen wollen eigentlich haben wir genug platz für kleinkramlager stocklager knochenlager so was kann man glaube ich hier hinpacken stock knochen pfeil und also mist bin ich neugierig komm mal schauen das wird das schlafzimmer oh rammontisch rammontisch ne ja dann können wir hier jetzt noch jede menge platz den wir ja so erstmal nicht brauchen wir können hier noch ein kleines kaminzimmer irgendwo in der ecke machen dann gibt es auch ein jagdzimmer ein esszimmer ja so irgendwie in etwa müssen wir dann gucken ich bin planungstechnisch ein bisschen überfragt das ding ist ich habe wollte eigentlich gerade die wand ziehen weil ich hier drin eine treppe bauen will für die nächste etage so dass ich immer irgendwie oben auf das hier oben die schlagen unsere nachbarn sind da okay ich komme wo sind sie sie schreien höre sie ich höre sie sehe sie noch nicht also sind sie unter ok ich habe sie definitiv gehört ich bin grad echt voll planlos so ein bisschen ne ja soll ich weißt du was ich gerade noch über die in der größe wie du gesagt hast soll ich da so eine und fundament mal hinsetzen oder vorher versuche ich kann es ja weg machen ja das problem ist dass du das glaube ich dazu musst du glaube ich da oben drauf weil beim fundament ist halt je höher du guckst umso mehr hast du da diese weißt die stützen die hier unter sind deswegen müsstest du da oben eigentlich draufstehen um das ganz flach zu halten würde ich glaube ich sagen das ist das eigener boden oder ist das eigenes fundament eigenes fundament ist das wo ist mein fundament der interesse und geht geht das ist schon bist das ist schon ist moment die müssen es ist gar nicht so einfach